. . . . . 6 Uhr oder was? Ja! Boah! Das war schon. Morgen! 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 2 Minuten, ne? So, gerne. Wie müde bist du auf einer Skala von 1 bis 10? Schon nach 8. Ne, 2. Geht schon. Ja, die Kinder stehen auch für. Danke. Freunde, so ganz wach bin ich noch nicht. Richtig früh ging es heute Morgen an den Flughafen und gleich geht auch unser Flieger nach Salzburg. Von da aus fahren wir dann nach Schladming und da heißt es dann wieder Trainingslager-Time. Eine sehr intensive Woche liegt vor uns. Wir haben natürlich wieder tollen Content geplant und ich nehme euch hautnah mit hinter die Kulissen in unseren Vlogs. Hey man, schmeckt's? Super! Super! Ja? Noch einen Schluck? Was hast du da noch? Wow! 3.400 Schritte um 8.55 Uhr. Flughafen ist zu groß, ne? Hatte ich noch nie in meinem Leben, glaub ich. 8.55 Uhr, dreieinhalbtausend Schritte. Ist ne Challenge für euch. Wie geht's dir? Hallo, ich bin David und mir geht's sehr gut und ich freue mich sehr aufs Trainingslager. Auch wenn man es mir nicht anhört. Hallo, willkommen in Österreich. Danke, danke. Jens fährt unseren Bus jetzt. Was ist denn das für ein Wetter hier, Bo? Geil, ey. Heimat. Geiles Heimatwetter. Jetzt, kurze Hose. Ja, und so. Sie haben das Ziel erreicht. Alles gut gegangen. Hey. Ja, gut und dir und dir? Gute Flughafen. Ja. Findest du deine Karte nicht, Robin? Ja. Hast du sie weg oder der Hack? Egal verloren. Egal verloren. Denkst du denn direkt von mir? Ja, wenn du so fragst, ich lass mit der Kamera da so stets. So Freunde, nach einem Mittagsschlaf und einem kleinen Käffchen ist meine Energie wieder da. Gucken wir doch mal, ob das bei den Jungs auch so ist. Aber freust du dich aufs Fahrradfahren zum Training? Ja, das ist ja nur ein Kilometer. Solange es keinen Berg hoch geht. Im Training. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich bin echt. Da war meine Sorte-Wiener-Kollegen. Fahren mit. Habt extra gewartet noch ein bisschen, oder? Ja, ja, ja. Auf einmal wieder strahlender Sonnenschein. Tja, Alex, hätten wir mal lieber unsere Sonnenbrillen statt den Regenjacken eingepackt. Ich bin pessimistisch, da sieht's dunkel aus. Ja, ja, ja. Jawohl, so sieht der Auskunft. Gehen! 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 Ganz wild das Wetter hier. Seht ihr sie? Diese roten Punkte da hinten? Außer Abendessen passiert hier heute nichts mehr. Wir werden alle wahrscheinlich sehr zeitig ins Bett fallen nach dem langen Tag heute. Aber die ganze Woche steht uns ja noch vor. Behaltet mal alle unsere Kanäle im Blick. Wir haben uns echt coole Sachen ausgedacht. Challenges, Gewinnspiele und natürlich noch viele andere ganz exklusive Einblicke. Also bleibt dran! Gehen!